Man nennt sie die Überlebenden. Einige dieser Jesidinnen haben das Massaker an ihrem Volk miterlebt, als der islamische Staat im August 2014 Sinjar angriff. Andere wurden gefangen genommen, vergewaltigt, wie Vieh auf Sklavenmärkten verkauft und lebten jahrelang unter der Herrschaft des Kalifats. Boxing Sisters, ein Programm für die psychische Gesundheit, organisiert von der kleinen NGO The Lotus Flower in einem vertriebenen Lager im Norden Iraks. Alle Betreuerinnen hier sind Jesidinnen, Überlebende, die heute ausbilden. Die Menschen, die Menschen, die sie auch für sie und werfen, heute ausbilden sie zu können. Aber sie sind nicht aufgebissen, dass sie einimeter Bescher oder das Ingenieurlebt. Keine Ahnung, das ist ein bisschen, wie sie ihren Schlaven macht. Die Menschen, die Menschen, die Menschen und ihre Kinder sind, die Menschen auch nicht zu betonen. Wenn sie ihren Schlaven bekommen, können sie bei ihnen auch nicht zu betonen. Aber es ist tief. Nur wenige NGOs unterstützen die Überlebenden. Bagdad schaut weg und gibt kein Geld. Acht Jahre nach dem Angriff des IS leben die meisten Jesiden noch immer in Lagern. Viele fürchten sich davor, in ihre noch immer unsichere Region zurückzukehren, nach all dem Grauen. Das Provisorium wurde Alltag. Nach dem Lärm der Bomben und dem Medienrummel ist es heute still geworden. Viele werden noch vermisst. Doch in einem Dorf nahe des Lagers geschieht ein kleines Wunder. Rosa sieht nach acht Jahren bei mir es ihre Familie wieder. Sie wurde mit elf Jahren verschleppt. Ihre Muttersprache, Kurdisch, hat sie verlernt. Sie spricht nur noch Arabisch. Es ist ein kleines Wunder. Mit elf muss Rosa einen 50-jährigen Mann heiraten, einen Großvater. Später kauft sie ein Libanese, der bald stirbt. Es folgen rastlose Jahre in den Fängen des IS zwischen Syrien und Irak. Der Anführer der Jesiden gratuliert der Familie, tief bewegt von Rosas Schicksal, die heute eine junge Frau ist. Die Geschichte einer jesidischen Familie. Rosas Großmutter war zehn Monate lang in IS-Gefangenschaft. Ihre jüngere Schwester sieben Jahre lang. Der kleine Cousin Renaz wurde mit zwei Jahren gefangen genommen und nach vier Jahren für 7000 US-Dollar von Mittelsmännern freigekauft. Von Rosas Eltern, drei ihrer Schwestern und etwa 20 Familienmitgliedern gibt es seit acht Jahren keine Nachrichten mehr. Zuhören, zwei Jahre lang. Schönen Menschen, viele Menschen, die wir in den Böden haben wollen. Die Menschen, die Menschen, die die Menschen, die Menschen haben genommen, können. Die Menschen haben diese Menschen. Die Menschen haben einen Begriff, der sie nicht mehr als Deinibes. Die Menschen haben wir nicht zu Hause. Die Menschen haben einen Begriff, der sie in den Böden jouer. Sie haben nicht dieけて Die schauen. Rosa reist mit ihrer Familie nach Lalisch, dem heiligen Ort der Jesiden. Damit ihre Gemeinde sie aufnehmen kann, muss sie dort gesegnet werden. Die ersten Frauen, die dem IS entkamen, wurden von den Männern als unrein zurückgewiesen. Die religiösen Oberhäupter haben sie mit dem Vorschlag dieser heiligen Zeremonie vor der Verdammung gerettet. Die Jesiden erlitten viele Massaker in ihrer Geschichte. Als kurdisch sprechende religiöse Minderheit mit uralten und geheimnisvollen Riten wurden sie von radikalen Islamisten schon immer als Teufelsanbeter verurteilt. Die Jesiden erlitten wurde zweitlich über den Die Jesiden erlitten wurde vom Verrückse. Die Jesiden erlitten wurde vom Geheimnis. Er hat die Wunderschönsäcke, die mit den Menschen in dieser Kirchen versiert. Ich wünsche mir den göttlichen Kirchen. Die Kirchen, die wir in der Kirchen, die uns überwählen, Wir wollen das ganze Zeit nicht einfach nicht. Nochmal, die Kirchen, der Kirchen, oder auf dem Weg. Wenn wir die Kirchen herstelle, dann haben wir die Kirchen. Das ist das Einheimnis. Tausende Männer liegen begraben in der Erde, hingerichtet, enthauptet. Von den 6800 Frauen und Kindern, die der IS 2014 raubte, konnten einige fliehen, andere wurden nach dem Sturz des Kalifats freigelassen. 2700 werden heute noch vermisst. Einige von ihnen könnten in Rojava leben, dem Kurdistan Syriens. Von der internationalen Gemeinschaft und den Regierungen der Region im Stich gelassen, suchen die Jesiden nach ihnen, allein, ohne Mittel. In einem Dorf in Rojava konzentrieren sich die Mitglieder des jesidischen Hauses auf die Gefängnisse und Lager der Gegend, in denen die IS-Kämpfer und ihre Familien festgehalten werden. Diese freiwilligen Retter haben schon über 400 Frauen und Kinder befreit, die unter den gefangenen IS-Kämpfern gelebt haben. Sie nahmen auch Rosa auf, bevor sie ihre Familie wiederfand. die Kanunien schliebt. Sie haben ein Problem. Sie haben eine Schmerz-Kämpfer, die in den Staaten zu kommen, bei der ersten Zusammenarbeit mit dem Feder herbeiligen, Sie haben sich in die Zukunft gepflegen-Räste, weil sie zu Norden sind. Sie haben sich in die Zukunft geholfen, mit der Familien verbunden. Sie haben sich in die Zukunft geholfen. Wir sind in den letzten Jahren im Betrieb. Wir haben hier deutlich gemacht. Wir haben hier in den letzten Jahren einen Schweren. Ich habe hier in den letzten Jahren einen Schweren ausgebunden. Wir haben hier noch einen Schweren ausgebunden. Das Lager Al-Hul ist wie eine tickende Zeitbombe. Hier leben 60.000 Vertriebene und IS-Familien, die nach dem Fall des Kalifats von den kurdischen Kämpfern aus Rojava gefangen genommen wurden. Die Kurden, die gegen den IS gekämpft haben, unterliegen den gegen Syrien verhängten Sanktionen und müssen allein ein Gefängnislager voller Ausländer und Kämpfer verwalten, die kein Land zurückhaben will. Der IS bestimmt hier mit. Er bedroht oder tötet jeden, der versucht, sich zu entfernen. Die Wärter werden ermordet. In diesem Sumpf der Gewalt suchen die Retter immer wieder nach Gefangenen, die dorthin verschleppt wurden, unter ihren Peinigern leben, in die Armee mussten, terrorisiert wurden. Und nach Kindern, die heute anders aussehen. Die Menschen aus dem Kajwan, die sich in der Wohnmöglichkeiten machen, sind die Menschen aus dem Kajwan. Die Menschen aus dem Kajwan war, die sich in den Kajwanen ausbrüllen. Als sie jetzt in den Industrie, dann würde ich einen dieser Zeit fragen. Das war ein Jahrzehnt. Als ich aus dem Jahrzehnt habe ich Söhne, dann hab ich die 10-8 Jahreечение. Ich dachte, ich hätte sagen, dass ich es nicht mehr als 200 Jahre hier passiert habe. Ich stüge mal davon und ich bin der Konstellanz. Das Jahrzehnt war ich Söhne. Ich habe gesagt, dass ich eine deutsche Geschichte hier in der Türkei habe. Ich habe eine ganze Geschichte, die ich in der Türkei habe. Ich habe eine Geschichte, die ich in der Türkei habe. Irgendwo in Rojava, an einem Ort, der aus Angst vor IS-Angriffen geheim gehalten wird, steht ein Waisenhaus. Kinder von gefangenen jesidischen Müttern und IS-Vätern leben hier zusammen mit Kriegswaisen. Beim Besuch in dem von ihr betreuten Waisenhaus klagt die Frauenministerin von Rojava darüber, dass die Gesetze in Irak und Syrien den Kindern den Namen und die Religion ihres Vaters zuweisen. Nachdem sie jahrelang missbraucht und gedemütigt wurden, müssen sich die Mütter nun entscheiden. Bleiben sie bei ihren Peinigern und behalten ihre Kinder oder lassen sie diese zurück, wenn sie in ihre Gemeinden heimkehren. Diese Musik sprach, wenn ihr Dase besagt, dass die Mütterkirchen bei den Geheimen treffen mussten, das ist ein Zehren. Wenn ihr horse- und du Dase-Pfüах wird, dann wird diese Mütterpflühe. Die Mütterpflühe verhaftet werden, wenn ihr Dase-Pfüах wundet, sie dann halt mit dem Geheimen. Wenn ihre Mütterpflühe verhaftet wird, In der Regel mit ihm verhaftet werden, dass sie dann nämlich in der gemaakten Die Mütterpflühe verhaftet werden. wie der Mütterpflühe verhaftet lassen. In Rojava haben sie das Gesetz umgeschrieben. Es schützt jetzt die Frauen und die Kinder tragen den Namen ihrer Mutter. Es ist eine lange und beschwerliche Reise nach Sinjar, dem Land der Jesiden. Bagdad hat die Grenze abgeriegelt. Sie bauen dort eine 600 Kilometer lange Mauer. Und die kurdischen Behörden in Irak kontrollieren eifersüchtig den einzigen Grenzübergang am Tigris. Von Duhok aus warten auf 200 Kilometern 16 Checkpoints bis Sinjar, der Region der Jesiden. Sie wird streng bewacht, ist fast unzugänglich. Die Einfahrt in die Hauptstadt erzählt viel über die Jesiden heute. Der Journalist Arges erinnert sich, dass zur Zeit der Kämpfe die irakische Armee und die Peschmerga der Regionalregierung sein Volk dem IS überlassen hatten, während die kurdische Guerilla der Türkei, die PKK, sie verteidigt hatte. Heute versuchen sie sich in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Heute versuchen dieselben verrufenen irakischen Streitkräfte, durch Drohungen die Kontrolle über das Gebiet zu erlangen. Es gibt keinerlei Unterstützung für die Rückkehr der Jesiden in ihr Land. Dieses Mal führen die Frauen ihren Widerstand an. In den von der Katastrophe betroffenen Dörfern nahe der Türkei begannen die Frauen sich zu organisieren, unter dem Einfluss der PKK-Kämpferinnen. Hier ist der Checkpoint weiblich und türkische Bombardements sind häufig. Wir trinken uns auf die Kirche. Alsbote in der Kirche zu behergestellt wurden, wir haben viele Menschen und das Paarland. Wir mussten uns auch währenddessen. Wir sind nur auf dem Hauptsamm 때는, was wir sie jetzt朝 hingeworthy. Wir sind noch auf dem Herrn, Herrn oder Ofer, Bruder, Bruder, Baben und der Bruder. Wir sind wieder in die Kirche. Wenn un Verlangen hat, dann ist es der Schlosser. Aber das ist eine Gefahr, die sich, um in die in der Schule eines화? Der Schlosser hat eben nach meinem Parlament. Oder das, wenn jemand in die Schule ausbreitet wird. Die Flosser sind nicht in dieser Sache. Alle im Anfuhr haben. Die Flosser sind nicht in der Schule. Die Flosser sind nicht in der Schule. Die Flosser ist nicht in der Schule. Das Konzept ist nicht. Seitdem hat die Frauenversammlung an Größe und Stimme gewonnen. Die Demonstrationen gegen die Präsenz der irakischen Armee und die türkischen Bombenangriffe nehmen zu. Für Sinjar wird eine autonome, paritätisch besetzte Regierung mit eigenen Verteidigungskräften gefordert, nach dem Vorbild von Rojaba. Riham hat ihre Hausfrauenkleidung abgelegt, um den Widerstand anzuführen. In einem der Häuser der Frauenversammlung in Khanasor versammelt sie Mütter, die sich seit dem Massaker von den Männern emanzipiert haben. Das heißt, das ist wichtig. In der Schule muss man sein, dass ein Anwes Aber man muss den Möjdern und ein Zufall nicht. Warum hat man dasselbe? Warum immer Möjdern? Das war eine gute Idee. Ich habe es! Meine Mutter und ich wurde었, dass ich die Straßenluft geworfen habe. Ich habe gesagt, dass ich keine Straßenluft capacity. In dieser Frauenbewegung spielen Mütter und Großmütter eine Schlüsselrolle. Yade Sheme, Mutter Sheme, steht in der ersten Reihe. Diesmal versucht sie, die irakische Armee aufzuhalten, die wieder einmal die Region besetzen möchte. Nichts, nicht immer. Nichts, nur können Sie schauen. Wir haben bonde in dem foram uns von uns. Wir haben die Strecke im Umwälder geschlossen. Der ist aus. Sie wird vor dem Krieg geλλάgen. Habt ihr denn die Räume jetzt mit den Kämmern? Mit dem haben wir eine neue Brüder gemacht. Wir haben auch eine 60,000 Jahre gearbeitet. Wir haben im Haus und im Haus geholfen. Wir wollen die Brüder haben. Wir wollen die Brüder haben. Die Brüder haben die Brüder in den Brüder genommen. Als wir die Brüder haben, zum Beispiel der Regierung ist das Anliegen. Das ist die Brüder die Brüder der Brüder haben. Wir sehen uns, auf Facebook und auf TikTok. Wir sehen uns wie das Leben, und das ist eine Geschichte. Wir sehen uns, dass es so gut ist. Wir sehen uns, dass uns ein Schirr nicht mehr so gut ist. Wir sehen uns, dass uns das Leben ein. Es gibt uns nicht so, wer es will. Es ist, wenn wir uns nicht kennen und wissen. In diesem Video wird Jade Sheme dämonisiert. Sie wird zu einer Rakete. Die Frauenversammlung kümmert sich auch um soziale Projekte. Sie hat eine Cafeteria für Familien eröffnet, weg von den reinen Männercafés, einen Park für Kinder gebaut und Arbeitsplätze für Frauen geschaffen, die noch nie gearbeitet haben. Die Frauenversammlung kümmert sich auch um soziale Projekte. Vor dem Berg, aufgeschüttet von den letzten türkischen Drohnenangriffen vor knapp einem Monat, steht Reham auf der Bühne für einen festlichen Tag zu Ehren der Frauen. Die jungen Karatekas inszenieren den Kampf gegen den IS. Diesmal befreien die Frauen die Gefangenen. Der Völkermord war auch ein Auslöser für die Emanzipation der Frauen. in einer ultrakonservativen Gesellschaft. Einige von ihnen griffen auch zu den Waffen. Achin ist ihre Kommandantin. Die Frauenversammlung kümmert sich auch um soziale Projekte. Angegriffen von allen Seiten. Von der internationalen Gemeinschaft ignoriert. Allein auf der Suche nach ihren Gefangenen beim IS. Eigentlich wollen die Jesiden doch nur zurück in ihre Heimat. Allein auf der Suche nach COAP. Untertitelung des ZDF, 2020